Das hier ist die Oculus Go, ein VR-Headset, das von Oculus, was ja mittlerweile zu Facebook gehört, bereits 2018 auf den Markt gekommen ist und komplett alleine funktioniert. Es ist ein Standalone-Gerät mit einem großen Nachteil, nämlich hat Meta den gesamten Support für das Ding eingestellt. Es geht mittlerweile echt nicht mehr viel. Mittlerweile kann man nicht mal mehr das Hintergrundbild verändern, man kann nicht mehr in den Store gehen, es gibt nur noch sehr eingeschränkten App-Support. Also eigentlich hat Facebook sich wirklich angestrengt, das Ding irgendwie wertlos zu machen, aber es wegzuschmeißen wäre halt auch wieder schade. Und deshalb habe ich mal recherchiert, wie man auf dieses Ding eigentlich andere Apps drauf bekommt. Los geht's! Für dieses sogenannte Sideloading benötigen wir entweder einen Mac oder einen Windows-PC und ein bisschen Software. Die bekommen wir auf headjack.io, das ist der Hersteller der Software. Klicken wir hier oben einmal ganz kurz auf Learn, Free Tools und dann gibt es hier oben direkt den APK Sideloader. Da klicken wir drauf und dann kommen wir hier unten zu diesem Feld und da müssen wir leider unsere Credentials einmal eingeben. Ihr könnt da natürlich irgendeine Fake-E-Mail-Adresse oder sonst was verwenden, ist eure Sache, aber ich muss auch der Fan deshalb aber sagen, ich habe von denen noch nie irgendwelche Werbung oder sonst was bekommen. Ich habe es zwar auch gemacht, aber wie gesagt, von denen habe ich noch nie irgendwas bekommen. Und da kommen wir auf diese wunderschöne Seite hier und dann klicken wir hier oben einmal auf OS X. Und dann lädt der ganze Spaß auch schon herunter. Wenn ihr das Ganze ausführen wollt, kann es durchaus passieren, dass euer Computer sagt, Sicherheitsrisiko will er nicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Software Android-Entwickler-Tools ausführen muss und das mag Apple offensichtlich irgendwie einfach nicht. Wenn ihr das Problem habt, könnt ihr in euren Einstellungen hier einmal an der Seite auf Sicherheit und Datenschutz klicken und dann hier sagen, dennoch öffnen, Finger auf den Touch ID, Sensor oder Passwort eingeben und dann könnt ihr das Ganze trotzdem ausführen. Und im nächsten Schritt kennt ihr das dann schon wie von jeder anderen Mac App. Ihr zieht diese App einfach in euren Applications-Ordner, mache ich jetzt nicht, weil die da bei mir schon drin liegt. Und dann ist das Ganze quasi installiert. Im nächsten Schritt könnt ihr das Ganze dann schon aus eurem Programm-Ordner heraus öffnen. Dann sollte sich in etwa diese App hier auftun. Und beim ersten Mal öffnen, installiert ihr dann erstmal eine ganze Menge Android-Entwickler-Tools nach. Das kann einen Moment dauern, das zeigt ihr hier oben in dem Statusfenster an, was ihr da gerade macht. Und wir können die Zeit erstmal nutzen, um auf unserem Smartphone jetzt unsere Entwickler-Einstellungen freizugeben. Auf unserem Smartphone öffnen wir zu diesem Zweck einfach mal die MetaQuest-App und gehen hier oben auf die Brille, die wir da verwenden. In meinem Fall ist es halt ein Oculus Go und da tippen wir einmal auf den kleinen Dropdown-File, klicken hier auf die Go. Und dann gehen wir hier auf Headset-Einstellungen, Entwickler-Modus und dann müssen wir hier das Ding einmal anschalten. Und that's it. Das ist tatsächlich alles, was wir hier machen müssen. Damit ist die ganze Nummer vollbracht. Und wir können zurück an den Rechner. Denn um irgendwas auf diesem Gerät zu installieren, brauchen wir jetzt natürlich noch die passende Anwendung. Ich empfehle da alle möglichen Webseiten, insbesondere aber eben APK-Mirror. Die haben sehr, sehr viele APK-Files, also Android-Anwenderung, Anwendung zum Herunterladen. Da könnt ihr hier einfach suchen, was ihr sucht und könnt euch zum Beispiel den Microsoft Remote Desktop Client herunterladen. Ja, die Werbung ist, die Webseite ist voll mit Werbung oder die Werbung ist ein bisschen mit Webseite ummantelt. Aber es gibt alle möglichen Apps und es ist, bisher habe ich eine gute Erfahrung damit gemacht, mehrheitlich ziemlich sauber, was die da anbieten. Und da könnt ihr dann für eure Oculus alle möglichen Versionen herunterladen oder alle möglichen Programme herunterladen. Wichtig ist, wenn ihr hier irgend so eine App einfach mal euch anschaut, dann muss hier, Moment, wenn wir jetzt hier mal so eine Version öffnen, hier öffnen wir mal diese hier, dann können wir hier mal runterscrollen und dann sehen wir hier, diese ist ab Android 9. Das heißt, die ist nicht kompatibel. Dann können wir einfach mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit, suchen dann hier so eine raus. Android 8 aufwärts ist es auch immer noch zu neu. Dann müssen wir vielleicht einfach mal auf die nächste Seite gehen und wir probieren hier mal Punkt 8. Das hört sich gut an und jetzt kommen wir hier nochmal runter. Aha, Android 6.0 aufwärts und das passt. Denn die aktuellste Softwareversion, die ihr auf der Oculus Go installieren könnt, zum Beispiel ist Android 7.1.1. Dann müsst ihr einmal eure Oculus Brille mit dem Rechner verbinden, mit einem entsprechenden Micro-USB-Kabel oder was auch immer ihr gerade so zur Hand habt. Und dann gegebenenfalls in der Oculus Brille, das ist bei mir jetzt nicht aufgepromptet, das heißt, ich konnte es nicht filmen, wie es aussieht, einmal die Freigabe für die Datenkommunikation zwischen dem Rechner und der Brille gewähren. Ihr könnt auch sagen, ja, dieser Rechner darf das immer, habe ich zum Beispiel gemacht und deshalb ist es bei mir eben nicht wieder aufgetaucht. Und dann müsste das so funktionieren. Ihr öffnet diese Software, wenn ihr sie noch nicht geöffnet habt, verbindet das Gerät, sucht nach dem APK-File, was ihr eben heruntergeladen habt, auf eurem Rechner, zum Beispiel in eurem Downloads Ordner und zieht dieses Android-File dann einfach hier in diese Drag-and-Drop-Area des Programms. Und dann seht ihr schon, da oben es fängt an zu arbeiten und beginnt, diese Software auf eurer Oculus Brille zu installieren. Und das dauert einen kurzen Moment, das ist auch naheliegend und dann sollte das hoffentlich erfolgreich abgeschlossen sein. Und dann war es das tatsächlich auch schon. Jetzt können wir uns wieder in unsere virtuelle Realität begeben und hier gehen wir jetzt unten einmal auf Bibliothek, dann gehen wir hier auf der linken Seite auf Unbekannte Quellen und hier finden wir die ganzen Apps vor, die wir auf dem Wege installiert haben. Und zum Beispiel VLC funktioniert sogar in Oculus TV, das heißt, das seht ihr dann in dem virtuellen TV-Room. Das, was ihr jetzt nicht seht, ist das Recording, denn ich kann offenbar mit der Oculus-Aufzeichen-Funktion nicht aufzeichnen, wenn ich eine side-geloadete App geöffnet habe. Klasse. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video weitergeholfen. Wenn das Ganze bei euch geklappt hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da oder einen Kommentar unten drunter. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, dann versuche ich sie zu beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.